Die Gebrüder Kanz, man kennt sie ja, bei uns schon jetzt mehrfach auch zu Gast gewesen im Promi-Geflüster. Zu meiner Linken der Michael und zur Rechten der Sven. Hallo noch mal. Und was haben wir denn hinter unserer Gefährt gerade stehen? Das sieht ja ganz, ganz flott aus. Ja, der neue i8 BMW, Hybrid, halb Elektro, halb Benzin und ja, mit Flügeltüren, sehr schnittiges Teil. Ja, das sieht auf alle Fälle gut aus und ja, denke mal, das ist die Zukunft irgendwo mit Hybrid und Elektro. Da spricht auch die ganze Welt momentan drüber, oder? Ganz ehrlich, ich bin derzeit noch hin und her gerissen, ob das tatsächlich so ist. Die Hersteller arbeiten darauf zu. Ja, das stimmt. Es ist in aller Munde, aber man darf das Thema Wasserstoff auch nicht vergessen, was natürlich noch eine saubere Verbrennung wäre und man wird sehen, was die Zeit bringt. Derzeit ja, alles sparen wir davon, ob es sich durchsetzt, wird man sehen. Genau, da reden wir nachher mal ein bisschen aus Wenn es nur eine kleine Probefahrt ist, kann man da in einem weiteren Teil noch ein bisschen was erfahren drüber. Jetzt aber erst mal zu eurer Doku. Da habt ihr, glaube ich, einen ganz tollen Sendetermin. Formel 1 gibt es im April wieder. Und gleich danach geht es nahtlos mit euch weiter. Genau, also die neue RTL-Doku von uns kann es für alle Fälle. Die läuft am Sonntag, 14. April. Ich glaube, das ist sogar der Prime-Sonntag, wenn mich nicht alles täuscht. Die Formel 1 startet dort, glaube ich, um 8 und kommt direkt im Anschluss an der Formel 1, also einfach an der Formel 1 dranbleiben und dann könnt ihr unser Geschehen miterleben, was wir so alles erlebt haben. Wir zeigen diesmal auch sehr viel Privates. Also man sieht sowohl auch, wie wir die Luxusautos verkaufen und gleichzeitig auch, wie wir auch mal Familie einblicke, was in den Sven seiner Familie so los ist, was in meiner Familie so los ist. Und da bekommt man in dieser neuen Doku auch die Einblicke. Ich meine, ich war ja dabei letztes Jahr bei eurem großen Fest wieder. Es war ja auch wieder alles da, was Rang und Namen hatte. Vor allen Dingen auch viele Autos, die man bestaunen konnte. Und da wurde natürlich nebenbei auch gedreht. Aber das war jetzt bloß ein kleiner Teil. Wenn die Doku wird, auch privat und so weiter. Was kann man da sonst so alles noch mit erleben? Ja gut, also ihr seht, wie mein Bruder schon gesagt hat, diesmal, was es bisher noch nicht gab, war eben auch diese Einblicke ins Familiäre. Also sprich auch über das Private, was man privat macht mit den Kindern und so weiter. Mit unseren Eltern am Tisch wurde auch gegessen und so weiter. Und das sieht man diesmal alles. Und das, glaube ich, ist schon auch interessant. Jetzt nicht nur für Männer, sondern wir haben jetzt auch wirklich hier unsere Frauen auch mit eingebunden. Und ich glaube, das ist diesmal auch was für die Frauen. Also dass die da auch ihren Spaß dran haben. Es geht also nicht nur rein jetzt um die Autos. Also den Sonntag dann unbedingt sich vormerken. Und nach dem Rennen geht es erst recht nochmal um tolle PS-Zahlen sozusagen. Und ja, wie gesagt, einen Teil habe ich ja miterlebt, was gesendet wurde oder aufgezeichnet wurde, so muss man sagen, aufgezeichnet wurde beim Fest. Da kam der Helikopter ins Spiel, da kamen die sämtlichen Autos ins Spiel und, und, und. Und vor allen Dingen hatten wir ja an diesem Event, wo RTL ja auch die ganze Zeit dabei war und auch bei den Vorbereitungen zu diesem Event war RTL ja auch immer die Wochen vorher ja schon dabei. Und ja, du hast ja selber gesehen, da ging ja, wir hatten hier in der Thalheimer Steige ja den Stau, wo nichts mehr ging. So groß waren die Menschenmassen, die hier nach Melchen gekommen sind. Und ja, und dieses alles zusammengefasst kann man natürlich auch ein Stück weit in der neuen Sendung bestaunen. Also für PS-Freunde war es dabei, wie Sven sagte, die Familie, Geschichten werden auch erzählt, was da so alles passiert ist. Und ja, es wird interessant und schaltet ein. Genau. Sonntag, 14. April, man kann es nicht oft genug sagen. Genau. Was ist? Man kann es. Man kann es. Kann man jetzt trennen wie man will. Genau. Gutes Wortspiel wieder. Genau. Ja, was habt ihr dieses Jahr so geplant? Steht wieder was an? Oder erst mal Pause? Oder wie muss man sehen? Also dieses Jahr haben wir jetzt dafür ein so großes Fahrzeugtreffen, wie es beim letzten Mal war, als du eben auch dabei warst. War nicht der Fall. Wir werden dieses Jahr da nichts machen, weil diese Vorbereitungen einfach so viel Zeitaufwand in Anspruch nehmen, so viel Energie auch in Anspruch nehmen. Und wir haben ja auch noch unseren Alltag, unser Geschäft. Und das kann natürlich nicht jedes Jahr jetzt darunter leiden. Und deshalb werden wir dieses Jahr jetzt da einmal aussetzen. Und ja, genau. Wir haben uns auch mal dafür entschieden, dieses Jahr auch mal Urlaub zu machen. Nach endlich zehn Jahren das erste Mal. Und ich glaube, das haben wir uns auch verdient. Definitiv. Denke ich auch. Honor, mit welchem Auto geht es dann wohin? An den manchen Urlaub, oder? Ja, da nehmen wir dann das Flugzeug. Also, wir sind ja jetzt dran. Moment, Moment. Ihr habt, Herr Teurauders, ihr habt einen Helikopter-Landeplatz. Ja. Und Flugplatz auch schon? Ich wollte es gerade sagen. Wir sind dran hier vorne. Wenn es die Stadt dann genehmigt, gibt es bald den Flugplatz MEL. Das steht dann für Melchingen, genau. Nee, Spaß. Ja gut, ich mache höchstens vielleicht für so kleine Chessnas oder sowas in der Richtung. Wir schauen mal. Ich habe auch der Wiese landen mit dir. Das geht schon. Das ging ja auch dann noch zur Not, genau. Wollt ihr ja nicht gleich übertreiben, oder? So ist es. Ja, richtig. Ja, also, was haben wir sonst noch Aktuelles? Was gibt es Neues zu berichten an Modellen und was in eurem Fuhrpark so mit dazugehört? Außer jetzt der E8 dahinter. Ja, ihr wisst. Bugatti im Fuhrpark, den E8. Was wir jetzt auch, das wissen viele vielleicht nicht, auch im Sortiment haben, sind die Neuwagen. Also Kleinwagen, Mittelklassewagen, VW, Audi, Skoda, Audi. Da haben wir das auch im Sortiment. Das können wir uns auch kaufen, was viele vielleicht nicht wissen. Aber wie gesagt, unser Fokus liegt schon auf den Sportwagen. Und das andere Geschäft machen wir, wie gesagt, auch parallel noch mit. Und der Fokus, ja, der geht jetzt natürlich auf die RTL-Sendung dann am Sonntag. Genau. Osterüberraschung sozusagen dann, was alles kommt, genau. Ostergeschenk, Oster, richtig, genau. Es liegen natürlich immer sehr viele Anfragen. Es gibt ja, wir haben jetzt schon mehrere Dokus über uns gegeben. Ich glaube, es ist die Doku Nummer 10 oder 12. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Und ja, also viele haben gesagt, wann geht es weiter? Und das ist jetzt für unsere ganzen Fans das Ostergeschenk. Genau. Und dann darf ich jetzt noch ein bisschen vorausblicken, weil Promi-Geflüster feierte auch demnächst ein kleines Jubiläum. Wir haben 600 Folgen jetzt dann bei Samen. Wahnsinn, gell? Da gibt es auch noch eine Party. Wie ist das? Ja, also ich habe jetzt ein bisschen was geplant. Ich hoffe, das wird in eurem Haus dann stattfinden dürfen, können. Und zwar Carrera will uns eine Carrera-Band zur Verfügung stellen. Und haben wir doch gesagt, da machen wir doch vielleicht ein kleines Promi-Rennen sozusagen. Das hört sich doch ganz gut an. Und wann ist denn das? Also die 600. Folge wird, wenn jetzt alles so nach und nach kommt, Ende Mai ausgestrahlt. Aber ja, mal sehen, was die Zeit bringt. Ja, perfekt für den Sommer. Und beim Promi-Rennen sind wir natürlich dabei, ist doch klar. Gerne, da freue ich mich doch drauf. Also zwei prominente Rennfahrer haben wir dann schon mal. Den Rest gucken wir noch, wer noch Zeit und Laune hat. Und dann machen wir was Schönes. Auf jeden Fall. Wir freuen uns und wir sind auf jeden Fall am Start. Ja gut, das freut mich. Genau. Ja, würde ich sagen, im nächsten Teil, den wir jetzt da mit euch hier noch machen, gucken wir mal, dass wir den Promi hinter uns noch ein bisschen zum Einsatz bringen in einer kurzen kleinen Etappe. Ach mal. Wollen wir es raus, das wird euch ja schön raus und dann kann es losgehen. Genau. Also, in diesem Sinne, euch alles Gute und wie gesagt, viel Erfolg mit der Sendung. Einem kann, oh nee, nicht ein kann, sondern kann es für alle Fälle. Genau. In diesem Sinne. Schaltet ein. Bis bald. Ja.